Musik Gelbe Fahne ging nach oben, jawohl, Byteria ist eingerückt, Boxentürner auf 1600 Meter, Reliable Man-Rennen ist gestartet und Allegra übernimmt sofort die Spitze, führt vor Kamarov an der Innenseite, Mona dahinter, dann drittes Pferd. Dann sehen wir die Gruppe dort mit innen galoppierend Orbit King, mit Wise Wyoming, La Corrigan, Byteria und Seppstar, zunächst einmal auf Warten geritten dort am Ende des Feldes. So geht es die Gegenseite hinunter, Mona hat mittlerweile die Spitze führt vor Kamarov, vor zwischen den Pferden, dann galoppierend Allegra, dann Byteria, dahinter dann Orbit King, der lässt sich schon mal ein wenig anfassen, vor Wise Wyoming, La Corrigan und Seppstar. Ausgangs der Gegenseite geht es weiter, Mona zeigt den Weg, führt, Mona führt vor Kamarov, vor Byteria, Allegra, dahinter La Corrigan, dann sehen wir innen Wise Wyoming, Seppstar und Orbit King kann zum jetzigen Zeitpunkt das Tempo nicht mehr mitgehen. So geht es gleich in die lange Zielgerade hinein, 600 Meter bis zum Zielpfosten sind das noch, Mona in der Bahnmitte, Kamarov innen lässt sich anfassen, Byteria, dann Allegra, La Corrigan, Seppstar, Wise Wyoming und von Orbit King keine Rede mehr. Mona ist vorne vor Byteria, aber im Fahrwasser, Mona führt vor Byteria, La Corrigan, dann Kamarov, Wise Wyoming jetzt ganz an der Innenseite, fliegt da heran vorne, Mona ist gestellt von Byteria, Wise Wyoming an der Innenseite, Wise Wyoming mit Mona, mit Byteria und La Corrigan, Wise Wyoming an der Innenseite mit Luba Grigorieva und das klappt heute, so verdient für Wise Wyoming, Wise Wyoming gewinnt gegen Mona, dahinter war es La Corrigan, dann war es Kamarov, dann erst Byteria, Seppstar, Orbit King und Allegra, am Ende sogar noch letztes Pferd. und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Das machen wir noch ganz schnell. Sieg 8,20 Euro. Die Plätze 2,40 Euro, 1,60 Euro und 3,90 Euro. Kurse der Zweierwette 19,20 Euro. Und die Dreierwette in der Reihenfolge 387,198 Euro.